Um die Energiewende zu schaffen, muss noch einiges passieren in Österreich. Wir brauchen noch weitere Erzeugungsanlagen, Sonne, Wind, Wasser, Biomasse. Wir brauchen Leitungen, dass der Strom zu den Kunden kommt. Und wir brauchen Speicher, weil ja sozusagen der erzeugte Strom und der abgenommene Strom irgendwo dazwischen in der Mitte auszugleichen sind. Und vor zwei Jahren habe ich bei drei Minuten Umweltrecht gesagt, so schaffen wir die Energiewende nie, weil es fehlen uns die relevanten politischen Instrumentarien dafür. Und da hat sich aber jetzt in der Zwischenzeit einiges getan. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Nieduber von der Umwelt- und Energierichtskanzlei Nieduber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und ich spreche heute über das Erneuerbare-Ausbau-Beschleunigungsgesetz. Und der Name ist lang und kompliziert, aber er ist auch Programm. Es geht um den Ausbau der erneuerbaren Energie und das soll eben beschleunigt passieren. Und dazu gab es im Jänner 23 einen Vortrag an den Ministerrat, also sprich ein Übereinkommen der Regierung, das wollen wir umsetzen. Dann ist mal nichts passiert, dann hat die EU sozusagen was reingeschoben, nämlich im Oktober 2023. Die Änderung der Erneuerbaren-Richtlinie, wo genau solche Forderungen eben auch drinnen stehen. Und seit Februar 2024 gibt es eben jetzt einen informellen Gesetzesentwurf zu diesem ERBG, zu diesem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz. Und der sieht ziemlich lässige Sachen vor. Erster Punkt, Schluss mit diesen vielen Einzelgenehmigungen. Wir fassen alles zusammen in ein konzentriertes Genehmigungsverfahren. Es gibt einen Antrag, ein Verfahren, einen Bescheid und das beim Landeshauptmann bzw. bei der Landeshauptfrau. Also gute Sache, konzentriertes Genehmigungsverfahren. Zweite gute Sache, es muss nicht mehr alles in einem vollen Verfahren genehmigt werden. Es kann ordentliche Verfahren geben, aber auch vereinfachte. Es kann auch bloße Anzeigeverfahren geben und, fast unglaublich für unser Land, es kann auch Genehmigungsfreistellungen geben. Also je nachdem, wie groß und eingriffsintensiv das jeweilige Projekt ist. Dritter Punkt, auch sehr wichtig, Form der Energiewende stehen im überragenden öffentlichen Interesse, im öffentlichen Interesse aus dem Blickwinkel der Gesundheit und der Sicherheit. Das ist immer dann wichtig, wenn man Interessenabwägung durchführen muss und bewerten muss, ist das Projekt jetzt wichtig genug, um zum Beispiel in die Natur einzugreifen. Der vierte Punkt, beschleunigtes Verfahren mit allem, was man sich hier vorstellt. Elektronische Grundmachungsplattformen, engere Fristen, nichtamtliche Sachverständige. Die große Frage ist jetzt, stimmen die Länder hier zu, weil dazu braucht man eine Verfassungsbestimmung.